Liebe Frau Vosteklenburg, liebe Spielerinnen der Frauenfußball-Nationalmannschaft, liebe Freunde der Demenzpartner-Initiative. Seit 2016 wurden dank der Initiative Demenzpartner knapp 70.000 Demenzpartnerinnen und Partner geschult. Und jede weitere Demenzpartnerschaft ist wichtig für aktuell etwa 1,6 Millionen Menschen, die mit einer Demenz in Deutschland leben. Ob im Alltag, im Beruf, im Bekanntenkreis oder in der eigenen Familie, überall begegnen wir Menschen mit Demenz. Dafür brauchen wir ein breites gesellschaftliches Bewusstsein und Aufklärung, um diesem Thema noch mehr Bedeutung zu geben. Die Demenzpartnerkurse geben hierbei gute und richtige Tipps für die Belange von an Demenz Erkrankten und auch ihren Angehörigen und bauen damit Hemmschwellen im Umgang mit den Betroffenen ab. Auch Minister Spahn ist Demenzpartner. Und obwohl auch ich schon Demenzpartnerin bin, wäre ich sehr gerne mit Ihnen zusammen heute vor Ort gewesen, um die Schulung unserer Fußball-Nationalspielerinnen zu unterstützen. Denn Sie sind schließlich große Vorbilder für ganz viele Menschen. Übrigens auch für mich. Und ich bin sehr dankbar, dass die Nationalspielerinnen diese Verantwortung annehmen und sich hier engagieren. Und auch sie hat ja jemand dazu animiert. Deshalb gilt mein besonderer Dank Ihnen, Frau Forst-Ecklenburg, denn Sie sorgen als Bundestrainerin und als Demenzbotschafterin dafür, dass zwei entscheidende Dinge im Umgang mit Demenz gefördert werden. Erstens, tägliche körperliche Bewegung. Damit beugt man neben einem gesunden Lebensstil eben auch der Demenz vor. Und zweitens, die Demenzpartnerkurse. Durch Ihr Vorbild helfen Sie, Demenzerkrankte besser zu verstehen und mit Ihnen zusammenzuleben. Und dadurch fördern Sie eben auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Lassen Sie sich also davon inspirieren und sagen Sie es bitte weiter. Übrigens, inzwischen bietet die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft die kostenfreien Schulungen auch im Netz an, als Webinar und als Webtraining. Und ich bin davon überzeugt, dass so noch mehr Menschen, insbesondere viele Jüngere, einen leichteren Zugang zum Thema Demenz erhalten. Und ich bin davon überzeugt, dass Sie im Kurs viele hilfreiche Informationen für Ihr privates und berufliches Umfeld mitnehmen können. Alles Gute Ihnen, sportlichen Erfolg und vor allem Gesundheit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank.